Hallo, herzlich willkommen. Heute schauen wir uns eine Aktienkurzanlöse zur Firma Nemecek an. Zunächst wie immer die Archershot Facts. Die Firma Nemecek, die 1963 gegründet wurde, ist ein deutscher Bausoftwarekonzern. Nemecek ist tätig im Sektor Informationstechnologie und hat im Angebot digitale Lösungen für Gebäude und Infrastrukturprojekte. Die historischen Fundamentaldaten können überzeugen und es ergibt sich ein nachhaltiges Potenzial durch den Fokus der Firma auf die Digitalisierung. Der 10-Jahres-Chart zeigt einen volatilen Aufwärtstrend. Im Einjahres-Chart ist ein Abwärtstrend mit Tendenz zur Bodenbildung zu erkennen. Nemecek ist eine Qualitätsaktie mit Fokus auf Kurs- und Dividendenwachstum. Die Aktie ist nicht günstig, gilt aber als Favorit im nächsten Bodenmarkt. Bei einem Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren könnte man jetzt stufenweise einsteigen. Die ausführliche und wie immer sehr empfehlenswerte Aktienanlöse findet ihr auf meinem Kanal. Habt noch einen schönen Tag.